hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei wwe2k 16 ich habe es mir gemerkt ja und mein büchterlicher gegner ist auch dabei was dein mikrofon hallo du bist schon wieder so nah dran nein ich bin weiter weg gegangen extra fast einen halben meter du hast kein maßblick okay ja weiter geht's ja endlich die turnier 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 ich kann es kaum erwarten zerstören boah jetzt das mikrofon weiter weg ich hab's weg wie weit denn noch ich habe sogar runter gedreht so besser jetzt ja jetzt ist schön ich hoffe ihr hört mich auch liebe freunde ja klar du bist sowieso immer über du ich habe bei den parts reingeguckt heute und aua ich bin übelst gut drauf so ok dann würde ich sagen viereck habe ich bekannten namen kriegen hier ja ja okay den habe ich nicht ich drücke noch mal vier hast du schon einen gefunden ich bin gerade gucken ob ich den habe ich schon das so ich glaube den habe ich 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 nicht den habe ich habe ich habe ich habe den habe ich schon gehabt ich habe jetzt kriege ich auch ich habe jetzt das schiffschatz 20 mal gedrückt und nichts bekommen waren also heute ist gute es wird jetzt bald immer wieder knapper bis wir dann irgendwann wirklich nur zwei haben dann drücken wir natürlich die 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 wir noch nicht hatten nee den habe ich auch nicht den habe ich glaube ich auch nicht voran ist denn da los heute wird schon eingefahren ja ja ich habe einen das schön den habe ich auch nicht das weiß ich ja die ok ich habe einen du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst du wirst ja im hals stecken bleiben wenn du meine figur siehst ja ich bin gespannt okay dann würde ich sagen drei zwei eins klick mit spannend ich habe echt ein mutant jetzt gerade bekommen ach du kacke acht du kacke ich kann ich nicht so roh ich wollte eigentlich gegen so ein würstchen kämpfen dass ich dich dann so rumwerfen kann du wirst trotzdem rumwerfen können ich habe ich hier am schlauch hier warum denn gerade kevin nash jetzt raus da wird sicherlich verlieren der muss weiterkommen der bock besser sonst streike ich hier ich sag dir das du kannst ja dann du kannst ja dann in der nächsten runde noch mitziehen also ja stimmt hätte ich eh gemacht oder den under taker also machen wir erstmal wieder kräftet drücken oder na klar also geh weiter vom mikrofon weg bitte ach er macht direkt einen mutiger ich habe überhaupt nichts gleich direkt gemacht was bin ich denn eigentlich muss weg ne du bist blau ja ja guck wenn ich jetzt hier da jetzt kommen die vom mikrofon weiter weg so ja ich drehe das jetzt einfach ein bisschen weiter weg so besser ja ich wollte ich wollte ich jetzt einer packen zum kräftemessen komplett ich bin mal so die daten alt war mehr kräftemessen kämpfen kann also soviel zu kräften ist es funktioniert nicht es funktioniert nicht bei den beiden meine herren so das geht nicht okay dann kämpfen wir nochmal auch Aua Big Bude. Das war jetzt echt... Aua. Der Kevin Nash ist aber auch groß, ne? Ja. Das ist so ein halber Andertäger. Oh, oh. Oh, oh, oh. Krieg schon wieder die Hucke voll her. So. Na komm. Aber ja, genau. Das war die wilde Hand, oder? Er streckt einfach nur die Hand aus. Das ist ja Wahnsinn. Er hat die Kampagne durchgezockt. Er hatte fleißig geübt hier, man merkt es schon. Ach, geübt. Braucht er denn zu üben? Ja, trainiert hast du fleißig. Ach, jetzt komm. Darf ich jetzt auch noch mal reinkommen? Du willst noch einen Gegner haben, oder nicht? Ja, Alter, das ist Brock Lesnar. Und der bleibt liegen, weil er mich jetzt geschlagen hat, zweimal. Oh ja, die Schläge des Löwen. Oh, ich komm hier rein und... Ja, Brock, hast du deinen Meister gefunden, hä? Ja, ja, mein Meister. Hä? Oha, hörst du jetzt auf? Ah, hier ist der Meister. Ah, Schiedsrichter, geh weg. Oh, Alter. Ja, das ist Brock Lesnar. Der schmeißt die Gegner sofort raus, ey. Da gibt's hier nix mehr mit, äh... Allo, wallo und so. Yo, ist klar. Und meiner ist direkt bewusstlos, ne halbe Stunde. Ich hoffe, dass du jetzt nicht wieder rausfliegst, ey. Ja, okay, halb dieses Klassenglass. Aber naja. Du bist was? Hier, ich... Durch den Ringpfosten bist du voll abgeprallt. Ich wollte eigentlich, dass du drin stecken bleibst. Hey, die was? Der labert du dir nur Bündnis jetzt. Hä? Durch das Klassenglass. Ich hab keine Ahnung, was das Klassenglass ist. Ich wollte dir was sagen, dann wusste ich nicht mehr was. Ah, Gott. Das war immer wieder zu gut jetzt. Hehehe. So, jetzt bleibt mal schön stecken in der Ecke. Oh, dass du immer gleich sofort wieder bewusstlos bist. Oh, jetzt kriegen Konter. Scheiße. Er macht wieder einen Jump Around hier. Oh. Oh. Geh weg. Hau ab. Gott sei Dank, ey. Ich mag das ja gar nicht. Aber ist cool, dass der übers oberste Ringseil steigt. Genau wie in echt. Genauso läuft der auch immer. Mhm. Ach, komm. Komm schon, ey. Ich hab gedrückt. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen mit der Verzögerung hier. Ach so, mein lieber Freund. Ich will den Bock besser nicht verlieren, deswegen. Ah. Aber ihr wisst ja... Aber ein, das hab ich gelernt und zwar... Erstens mal das. Oh, scheiße. Na, das nicht. Hehehe. Das ist... Ah. Schönes Ding, ey. Nein. Wie schnell du auch wieder fit bist, ne? Das ist schon echt Wahnsinn, ne? Oh, fuck. Ich dachte, ich hab' schon gekonnt. Verdammt. Hast du gedacht, ja. Oh, Alter. Ich wollte einmal, dass du die Leiter ein bisschen kennenlernst. Oder die Treppe. Die Leiter. Wer ist mit deiner Leiter? Dass ich immer Leiter sag, ne? Ja. Hehehe. Irgendwann hab ich's noch raus, dass es ne Treppe ist. Meine Fresser! Ja, ich kenn das Gefühl. Ach, Kacke. Jetzt aber. Oh, jetzt bin ich der. Oh, jetzt hat's auch mal ganz kurz gerückelt. Stirb, du kleiner Drecksack. Stirb. Ach, komm. Skywalker Deluxe hier. Ach, er kann mich schleppen, oder was? Genau, das hab ich nicht dazu genommen. Komm, bin ich jetzt eine halbe Stunde, bin ich jetzt fit, oder was? Ach, jetzt hätte ich schon... Was? Bist du eine halbe Stunde fit? Nee, eine halbe Stunde bin ich jetzt bewusstlos, weil du mich einmal gestreichelt hast. Ach, jetzt geht das wieder los. Keine Aufgabe-Griffs da, ey. Griffe. Mal so, Nachhilfe Deutsch. Ach, das tut doch auch weh. Hast du jetzt raus, wie man die macht, hä? Ach, das macht mich denn? Ach, das macht mich denn? Ach, das macht mich denn? Mach's jetzt nur das, hä? Er macht jetzt erst nur hier auf Submission Deluxe hier. Muss man rausnehmen. Das war doch nichts, Mann. Ah, bin rausgekommen sogar. Cool. Wird so'n richtig schönen Konter. So, jetzt erst mal BING und jetzt nochmal hier ein voller Gegengelümmel hier. Bung. Ich hoffe, du hast Kopfschmerzen und stirbst daran. So, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz dich hier auf den Tisch legen. Immer noch nicht. Ich glaube, ich habe gesagt, auf den Tisch legen. Das ist nicht so toll, Mann. Das hat er nicht drauf mit dem Tisch legen. Klar. Mani. Und kabomb. Auf recht dann, ja. So, mein Freund. Mein kleiner, kleiner. Boah, ich kann nicht kommen. Gut so. Oh, schlecht so. Wow. Der hat aber einen Powerschlag, du. Das ist aber halt verdammt langsam. Aber du bist, äh, leicht im Vorteil, weil du nämlich weißt, wie, äh, wie man jetzt diese komischen Aufgabengruppen macht. Das hab ich noch nicht raus. Du musstest nur X drücken. Nein, du Dreck. Ach, so, jetzt komm mal her, du. Boah, was macht der denn jetzt? Boah. Ich hab gesagt, du sollst da drauf, Mann. Auf den Tisch? Nein. Fuck. Ah, ich wollte den nämlich, ich wollte dich nämlich. Und zwar heb mich mal auf, pass auf, hör mal zu. Heb auf, jetzt drückst du nur X. Und jetzt drückst du R2 und L2 gleichzeitig. Ah, okay. Ja. NACHT! Mach mal einen Finisher am Tisch, ne? Ja, ich, ja, muss jetzt damit leben. Ich wollte dir das halt mitteilen, dass ich nicht zum Vorteil bin. Boah. Boah, das war schön. Das war richtig schön, mein Freund. Hat mir jetzt richtig gut getan. Ah, ich will dich jetzt reinwerfen, weißt du, in den Drecksladen hier. Weil du bist jetzt abgefertigt. Mhm. Abgefertigt. Oh, Alter. Erstmal mal. Ach, komm, machen wir es anders. Machen wir es anders. Ich schlepp dich erstmal wo rein. Öh, was hast du schon wieder erholt, oder was? Alter, jetzt rastet der Geist ganz aus, der Kevin Nash hier. Der wird zum Kevin Nash. Bist doch Nash. Nein, schon wiedergekommener Drogs. So, jetzt wirst du erstmal genascht hier. Du glaubst mir, du bist nicht der Einzige, der hier nascht. Lass mal mal gucken, was ich jetzt hier mach für einen Scheiß. Ah ja, machen wir erstmal einen Power-Move. Kennst du noch den einen, wo ich dich dann so eine halbe Stunde nach oben hebe? Mhm. Der war gut, ne? Ja. Oh, go on the Gatner. Oh, go on the Gatner. Oh. Nee. Nein. Und jetzt das angehobene Bein. Okay, ich bleib mal liegen. Ich bin nämlich absolut erschöpft, ja. Ich bin absolut fertig mit der Welt. Mein Name ist Brock Lesnar. Aber nur, weil ich so erschöpft bin. So, komm mal hoch jetzt, du Stück elende Fleischwurst. Ach Mensch, du sollst ihn in den Ring werfen, Junge. Ja, es ist alles schön, es ist nur nicht der Ring. Ja. Und jetzt kommt der wilde, der wilde Beutler. Umarmen und rumwerfen. Richtig schön. Autsch. Brock Lesnar-Style 25. Guck mal, wie du da liegst, halt bewusstlos mit dem Kopf auf der Treppe. So, mein Freund. Guck mal mit. Ist gleich vorbei mit dir. Guck mal her. Komm. Genau. Ja. Ach so, muss ich gedrückt halten. So, und kann ich dich jetzt da irgendwie... Ah. Ah, ah, ah. Mhm. Boah. Ach, jetzt geht er wieder... Nein. Ach, nein. Er legt sich freiwillig da oben drauf. Das ist so schön. Das finde ich jetzt so nett von dir. Aber das wird ein Nash-Bomb. Oh Mann, er ist aber, er müsste jetzt eigentlich rein theoretisch halbbewusstlos sein. Guck dir mal den Brock an, der ist voll am Durchatmen. Er muss seine 250 Muskeln erstmal verarzten. Komm mal hoch. Gleich vorbei, mein Freund. Ach, scheiße. Ist er aus meinem Finisher gekonnt? Nein. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Oh, du Drecksack. Ist er aus meinem Finisher rausgekommen? Das war natürlich jetzt für alle Beteiligten hier echt eine bittere Situation, ja. Aber ist kein Problem. Hol ich mir einen neuen. Ja, Bocklässer, ihr habt es alle gesehen, er ist stark ermüdet, dass er einen langen Arm in die Kloslein nicht schaffen konnte. Ich fasse es jetzt gerade nicht, ey. Oh, er schlägt über mich. Du bist ja genauso ein Profi wie ich, ey. Er schlägt daneben an meiner Haut ab. Ja, Mann, er ist total bewusstlos. Ich muss mich erstmal heilen hier. Ja, komm mal runter. Ist auf jeden Fall eine gute Sache von dir. Und dann werde ich dir... Ach, genau. Da kommt er direkt raus, oder was? Ach, jetzt aber. Man haut wieder total sinnlos daneben. Das war jetzt natürlich wieder eine supergeile Aktion hier. Ja, die müssen auf jeden Fall den Backstage-Bereich noch einbauen. Oh, hab ich dich jetzt gedreht? Das war jetzt wieder so sinnlos, ne? Das war jetzt gerade wieder die übelste, sinnlose Aktion, die ich heute gebracht habe. Hä? Ich weiß nicht, was du direkt machst gerade. Ja, ich wollte dich eigentlich slammen und sowas, aber leider hat meiner gleich gedacht, so, nö. Schönes Ding. Schönes Ding. Eine Powerbomb. Ja, ich verwirre dich halt ein bisschen. Ich finde das so geil, wenn du deine Schmerzen hast da, weißt du. Boah, jetzt kommt wieder der dreimal Bimmel-Bimmel-Bumm-Bumm. Boah, Glassner ist a beast. Genau so ist es. So, jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde warten. Ich bin nämlich leicht, ähm, lädiert. Guck mal her, mein Freund. Jetzt musst du erstmal eine Runde spazieren gehen. Ach, ja komm jetzt hier, was ist denn da los? Ich hab mich mal da hingelegt, ja. Ich hoffe, das ist okay. Ach, jetzt komm. Hast du mir das gerade Beinchen gestellt? Das sah so zumindest so aus. Ja, genau diese Situation kenne ich hier. Meiner kann nicht mehr rennen, ey. Die feinen fetten Säcke, ey. Der Schlag ist so hart, ey. Das ist Matrix, ey. Ich glaube, wir haben die Zeit gestoppt, hier. Ach, fuck, man. So, jetzt geht's erstmal gegen die Treppe. Nein, jetzt geht's doch nicht gegen die Treppe. Alter. Ach, das will ich doch gar nicht. Ach, ja, das will ich aber auch nicht, dass du das machst. Ey, hopp. Ah. Hopp. Mann, geht das auch nochmal zu Ende irgendwann? Boah. Mann. Oh. Ach so, ich bin total erschöpft deswegen. Ja, ich würde sagen, dass wir jetzt wieder reingehen, oder? Boah. Klar. Danke. Nein. Boah. Das war der Pfosten des, 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 des Aberglaubens. Ich sag dir das. Was? Das war der, das war ein heiliger Pfosten, war das. Ach, jetzt macht der wieder so'n Scheiß hier. Oh, wieder so'n Knockout. Macht der so gerne so'n Knockout-Schläge, oder? Nö, 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 nö. Mach die bloß mal ab und an, deswegen mach ich's. Und der ist auch voll am Arsch. Ajo, kann ich jetzt noch mal was machen hier? Na komm. Nein, du Wichser. So geht das, mein Freund, so. Und nochmal so. So wolltest du machen, ne? Ne. Ist ja nicht schlimm. Wollte ich nicht machen. Ich verstehe das ja. Ach, jetzt ist der wieder raus, da aus dem Dorf hier. Nein. Du weißt mal, wie das ist, äh, zum Kotzen, oder? Ach, ich weiß, wie das ist. Ach, geh weg, lass mich in Ruhe. Drixack. Alter. Maaan. Ach, komme. Woah, fuck. Oh, nein. Ja, ja. Bing. So, erste Pinja, komm, tu es, tu es, tu es. Tu es. Ja, nein. Nein. Oh, nein. Wieso das denn? Wie machst du das? Du schietest. Oh. Du schietest doch. Ich hab's aber ganz schön geleckt. Nein. Und nochmal, bumm. Jetzt aber. Und wehe, da kommt wieder so ein Scheiß. Komm. Eins. Drei. Und drei. Go, go. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh, ich hab mich so gefreut. Ich wollte die Bockletzer. Oh, du hast mich am Anfang so gekränkt, ja. Ich sag ja, du hast schwach angefangen. Und danach hast du noch stark nachgelassen. Ja, 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 ja. Also, was redest du da? Was redest du? Oh mein Gott. Ja. Boah, what a match. Oh mein Gott. Ja, das war geil. Aber so muss das, liebe Leute. Ich hab angefangen, ne? Jo. Ja, liebe Leute, das war wieder ein herausragendes Match, muss ich sagen. Das war wirklich quälend ein bisschen. Weil der kleine Kevin Nash mit seinen Aufgabengriffen mich ein bisschen genervt hat. Aber ich konnte natürlich den Kampf noch zum Gunsten Mainz gewinnen. Und ja, mal gucken, wie es morgen weitergeht dann, ne? Hast du noch irgendwas anzumerken, Onkel? Nein, Hauptsache, du gehst zu privaten Lobby zurück und dich auf der Enten. Ja, ja, ich kenne deine Krankheit. Ich schreie nur gerade ein bisschen. Ja, gut. Dann lasst doch einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat bei beiden Kanälen. Bei Gamershack LP und bei mir, Rewano LP. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.